live wiegen und regelmäßig abnehmen updates ne das kannst du vergessen ja mette lieben hater und ein stürmisches hallo zurück hier beim sport hater ja ich habe gesehen der bums die will abnehmen hat jetzt eine tolle app und will mal schauen was die so taucht und habe ich mir gedacht das nehme ich doch zum anlass ich habe traurigerweise auch eine ganze menge zugenommen gibt zwar medizinische gründe dafür aber ist eigentlich ziemlich egal es muss wieder runter ach hier steht ja zufällig eine waage bereit wer hätte das gedacht wir wiegen uns doch glatt mal sehen auch meinen dicken bauch und sehen mit klamotten liege ich bei 104 kilogramm das soll sich ändern deswegen rufe ich aus schneller abnehmen als ein ogre part 2 ich versuche wieder was loszuwerden ja was heißt das was kann man erwarten ich werde jede woche samstag einen update geben über mein gewicht ich denke mal ich bin eigentlich so bei 102 ich habe jetzt einen rucksack auf und klamotten an und so also da will ich von weg und am besten schneller als der bums die ich denke mal das wird uns gelingen wer mitmachen möchte ich habe da schon so einiges gehört von anderen leuten die gesagt haben ja in letzter zeit ist doch auch ganz schön was dazu gekommen macht einfach gerne mit ich glaube besser abnehmen als der dicke kann jeder denn ja man kann so ziemlich alles besser als der dicke und schauen wir mal vielleicht mache ich auch ab und zu noch mal so ein spaziergang nachts lauf video oder sowas einfach so ein bisschen motivation zeigen allerdings habe ich eigentlich keine lust mehr über bums die zu reden da gibt es mittlerweile andere die das sehr sehr gut machen da brauche ich mich gar nicht wieder einzuklinken ich will einfach nur die welle mitreiten aber nicht den cash flow sondern eben einfach die motivationswelle zu sagen was er schafft schaffe ich schon lange runter mit den kilos ja dann bis auf weiteres medloff